Don't touch my balance. Okay, ich baue noch kurz weiter in Trinity Force. Äh... Ich bin wieder da. Geh du zurück. Dann fahre ich zurück. Äh, Ash, wie sieht es eigentlich aus? Was hast du denn so gebaut? Bisher noch nicht so viel, ne? Ich habe auch erst einen Kill, aber 5 Assists? Ist ein bisschen schwul. Echt ein bisschen schwul. Willst du mir vielleicht mal den Red Buffy holen? Ich pull ihn dir gleich. Ich ging nach dem Plan. Vor allem, die haben keinen CC bis auf, ähm... Also keinen wirklichen, bis auf Warwick. Das ist... Ja, Warwick und der Warwick ist nicht schlecht. Das sind die Skeletorierung. Lass mal bitte pushen, oder? Ja, Top-Lane, das ist ja ewig bis zum Tower, insofern. Who cares? Boah, Andi, kauf dir mal Tank-Speed. Ja, hab ich schon. Hast du schon ein Ziel? Ich hab Schuhe und, ja... Wollt ihr noch die Golems? Ich hab immer eine 1,2... Wollt ihr die Golems? Wollt ihr die Golems? Wollt ihr die Golems? Wollt ihr die Golems? Hey, Warwick? Wie sieht's aus? Wollen wir miteinander spielen? Ich komm auch mal bitte. Braucht ihr ne Ulti? Äh, nö, noch nicht. Wir warten erst mal bis alle... Ich hab ne Ulti. Ich hab auch ne Ulti. Also wenn ihr möchtet, ich kann auch reingehen unter die Nischi hätten. Mit meinem Weh. Weil da sehen sie mich nicht. Warte mal, ich check mal kurz. Könnt ihr sie runter den Fluss treiben? Äh... Jetzt ist zu spät. Ach, Garen hätte ich vielleicht noch erwischen können. Egal. Wo ist der? Wenn der unterkommt, wir können hier vielleicht äh... So wie da zuhören. Aber scheiß. Wir chasen grad, wir pushen grad die Hütte durch. Wir könnten hier hinten auch Tower Diven. Aber... Vorsicht, einer von euch hat Aggro. Wollen wir n Checo? Äh... Unser... Lux? Ah, ne. Bei Checo, der... Oh, wer hat denn Daniel? Das war sehr schön, danke. Der mit hier äh, lebt sich's leichter. Schön. Ja, sehr gut. Vor allem Lux. Oh, ich wollte auch n Assist. Und wie fett ist eigentlich unsere Lux schon? Krass. Ja. Okay, zurück. Wird auch ungefähr 100 Kills. Ja, zurück. Wenn ihr wollt, wir können Bottom einen erledigen. Können äh... Ich geh mal Top. Ich geh mal Top. Ich geh mal Top, ja. Schnapp. Ich auch nicht. Wir holen uns den Blu, den Wett. Ja, stimmt. Okay, ist der ab? Ja. Äh... Willst du ihn? Ja, das wär ne super Ehe Sache. Super Sache, danke. Ich geh mal kurz... Voll wie schnell wir den bekommen an den Wettbuff. Ja, du gehst Top. Äh, und was mach ich? Ich folge dir. Ich geh schnell. Ach, Top ist schon nicht quasi. Ich hol mir so lange die Wölfe. Weil dann kann ich mir gleich Twitch-Native Force holen. Ich, äh, beschütz mal. Okay, ich kann ihn schon mal pullen. Was war das? Äh, wo bleibt Lux? Schreib nur mal Lux Blue. Ich kann nicht schreiben. Ich weiß. Ja. 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 Ups. Oh, fuck. Ich könnte noch einen Schlag drauf machen. Oh, Mitte. Soviel dazu. Oh, Tom. Ja, trotzdem können wir ignorieren, glaube ich. Ich geh von Mitte. Wo kann die denn, Heratlo? Weiß ich nicht. Und Lux halt einfach. Unser Lux ist echt geil. Okay, Leute, ich komm durch von der Seite rein. Und Garen kommt hoch. Und Siniao ist vor dir, hinter dir, um dich herum. 360 Grad Drehung. Ich bin Warwick. Ich mach nur ne blöde Attacke. Mehr kann ich nicht. Oh, ich treff ihn nicht. Schade. Äh, soll ich auch mal mitkommen? Ach, den noch. Äh, wir haben hinten noch Besuch. Doch. Und zwar kriegen sie Lux grad ziemlich. Ja, das schafft sie nicht. Ja, du, du. Nein, eben nicht. Ich will, ich will Kills. Mein Gebel will Kills. Nur noch Gavin lebt von denen. Ja, wir kriegen noch Tower jetzt noch. Habe ich grad einen Doppelkill bekommen. Äh, Drake machen. Nee, wir machen jetzt einen Tower. Ah, schnell. Stimmt Tower. Und dann Drake. Und dann Gavin. Ah shit, sorry. Ich komm nicht hinterher. Ja, ist egal. Machen wir Drake. Sehr gut. Kommst du raus? Oder brauchst du sowas wie mit der... Ich bin echt so hässlich. Äh, Adi. Ich hab keine Ulti ab. Sollen wir Drake machen, Adi? Ja. Ja, ich wäre eh ne Ulti reingekommen. Wer war... Wer hat... Wer hat... Wer jungelt eigentlich? Jakob, ne? Ja. Warum konnte Gavin durch unseren Dschungel runterlaufen und mich töten? Äh, weil der Jungle nicht im Ort ist. Weil wir andere mal dich beschäftigt waren. Ja, aber du hast ihn noch getötet. Gavin ist tot. Ah, ich hab ihn getötet vor. Äh, ich bin vorher drauf gegangen, weil er hier plötzlich hinter mir stand. Ja, das war längst vorher. Du musst auf die Minimap schauen. Wenn Gavin weg ist, musst du aufpassen. Wenn Gavin weg ist, musst du aufpassen. Hab ich auch gedacht. Ja, du musst auf die Minimap schauen. Äh, pfff. Äh, pfff. Äh, pfff. Selber, pfff. Le... Leck mich. Der Flux topf. Ähm, ich will mir kurz noch... ...eine Fang holen, dann kann ich mir den Braumox holen. Äh, ihr habt den da euch was gehört. Ja, den holen wir uns. Komm auch. Ah, ne, ich muss... Scheiße. Ah, fuck. Flur, weg da. Ah, ich hätte ihn fast gekriegt. Der hat noch 134 Leben. Naja, ist egal. Alter, wie schnell ist der, Garen? Hilfe! Hilfe! Okay, die sind gerade alle unten beim Pushen, den Lux und ich top. Ja, vor allem, äh... Ich kann auch nicht helfen. Ich hole eben mal kurz den Roten, bevor die sich nicht holen. Ja, wobei die pushen ja gar nicht. Was machen die denn? Hä? Die kommen Mitte. Oder schauen, wo Drake ist. Ja, die schauen, wo Shyvana ist. So. Nein! Scheiße! Ah, schade. Egal. Ich muss sagen, wir versuchen mal mit in den Power zu nehmen. Oder hier. Ich komme mit so runter wieder, Jakob. Ja, ich komme jetzt raus in den Power hier. Ja. Ich weiß. Ja, die kommen alle zu euch nach oben, ne? Nice. Gehen wir auch Mitte? Äh, ich würde jetzt eigentlich gerne mal kurz weggehen, weil ich hab nicht nur Warmox. Äh, was ich mir unbedingt mal kaufen muss. Aber ich hole noch kurz den. Oba, ein Luchs? Ah, shit. Ein Luchs, äh, ist tot. Oh, ich höre doch einen Luger von denen. Oh, ich höre doch einen Luger von denen. Oh, das ist ein Luger von denen. Oh, das ist ein Luger von denen. Oh, das ist ein Luger von denen, ja. Äh, Andi, du weißt, dass... Also, wenn Shaco einen Buff hat, ist das ziemlich doof für ihn, weil dann sieht man immer, wer der echte ist. Ja, ja, das weiß ich. Kommt, ja. Okay. Shaco hat nie geneigt noch. Nein, das hat nur auch mit der Wisch. Ja, ist okay. Alles gut. Dann geben wir Kills. Ein Königreich für Kills. Okay, ich glaub, ich kauf mir Bukom. Nein! Scheiße. Nicht so viel riskieren. Ja. Ist okay, ich bin eh weg. Wäre der ein Red Buff? Ich komme. Ich komm mit einfach als Absicherung. Okay, ich hab Angst sonst. Ja, ja. Ist gar kein Fehler mitzukommen. Ja, du hast Angst sonst. Ja. Entschuldigung. Oh Gott, wir gehen wieder mit. Ich hab gehört, ähm, ihr wartet jetzt mal, weil ich... Oh Gott, wir gehen zurück. Ich kann mir auch gleich... Beziehungsweise, wir waren noch 200, dann kann ich mir Warmarks kaufen. Was zur Hölle? Ich will auch Kills. Ich geh mal kurz noch ein bisschen Millions farmen. Oder ich geb, äh, würde ich sagen, wir pushen Botlane, oder? Ja, das kommt doch nach dem Plan. Ruhe vor der Schlacht. Da komm ich doch mit. Ha, ich bin sogar besser als Lox. Ich hab ein Assist mehr. Äh, Matze, du bist schon wieder null Mal gestorben. Willst du mich verarschen? Wukong ist Tanki DPS in Rheinkultur. Der ist so... Und das ist so cool. Ich frag mich immer, warum der nicht so gut... Also ich frag mich grad echt, warum der nicht so viel gespielt wird. Ich hab auch gedacht, äh. Aber ich hab halt bisher immer nur... Ich hab nur uns jetzt hier den Tower. Ich hab nur uns jetzt hier den Tower gesehen. Der Affe halt. Will keiner über den Affen spielen, ne? Ja. Na, falscher Checker. Okay, weg, 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 weg. Jetzt müssen wir tanken. Ach, ich hab gedacht, ich komm jetzt auch zu euch. Das war ne Ulti. Okay. Hey. Gell'n, Bro. Brauchst du Hilfe in der Mitte, Jocker? Nee, ich bin einfach nicht vorbeigelaufen. Wir haben uns einfach ignoriert. Ich kenn euch, Lösch. Achy, Achy, Achy. Achy, Achy. Achy. Fall aber lieber zu zweit. Also ich... Ihr könnt ruhig mal weggehen. Ja, werd ich auch kurz. Hey, jetzt ist... Wollt ihr uns kurz zurückrecken? Hey, meint ihr mich ernsthaft? Ihr kriegt mich? Ich bin ein Drache. Leute, auch wenn ihr zu dritt seid, ich bin ein Drache. Versteht ihr das? Ein Drache. Hey, Warwick. Ich bin ein Drache. Verstehst du das? Guck mal, ich kann einfach wegfliegen. Verstehst du das, Warwick? Und du läufst in meinen Flammen. Das macht dir Aua. Ich muss manchmal um meinen Gegnern reden, sorry. Man merkt's ja. So, welcher von denen ist das echte Shaco, ist die große Frage. Der mit dem Buff? Der scheinbar nicht der da so effizient. Nee, das war er nicht. Okay, hier ist Xinsa. Ich würd sagen, wir ziehen uns mal zurück. Nein, die hat ihn schon vor mir gekillt. Ähm, ja, ihr so viel zum Thema. Ihr zieht euch mal zurück. Und der Drache ist auch hier alleine rum. Ach, komm, ich pushe mit, echt. Ihr könnt mich alle mal am Popo lecken. Okay. Okay, ich bin mal kurz weg. Willst du nur kurz Top noch machen, Max? So als Farm? Ja, mach ich dann, aber ich... Ja, klar, erst dann. Weil dann krieg ich halt den Farm gleich auf Warmox drauf. Oh, ich hatte gerade einen Mordslag. Ja, ich auch. Ich war plötzlich ein paar Schritte weiter vorne. Wie ich halt einfach die... Die... Den Tower-Tank hier nur um die Minions zu holen. Like a Boss, würd ich mal sagen. Ich bin unterwegs. Ich glaub, deren... Ja, hol den dir. Kann ich... Kann ich ihn mir holen, den Blu von dem? Ja, wenn du ihn alleine kriegst. Deren Drache will wieder ab, Jakob. Deren Drache vor allem. Ja. Warte, ich pull dir mal den Blu-Buff. Du musst einfach nur... Ähm... Den letzten Hit drauf machen. So, jetzt. Komm. Komm. Hol den dir. Noch mal. Komm. Komm noch mal. Oh. Alter, wie schnell. Machst du eigentlich Null Schaden, oder was? Ja, mit den normalen Angriffen halt nichts. Jakob, die sind alle bottom. Ja, wir holen jetzt jetzt hier Drake. Äh, sie kommen hinter mir. Der Schako. Der Schako. Der Schako. Merde. Hauptsache, er hat die Ulti eingesetzt. Ist der falsche Schako. Ach, du bist nur die Ulti. Ja, egal. Ich dachte, unser Red-Buff, ja. Jemand fehlen wir ihn wieder. Ja, unser Red-Buff. Ich dachte, unser Red-Buff. Unser Red-Buff. Unser, oh. Hot Red-Buff-Party. Hot Red-Buff. Die kommen alle runter, Flo. Geht er weg. Ich bin ein Drache. So, mit kurz die Bolems. Wenn's okay ist. Ist genehmigt. Ist voll genehmigt. Jakob, ich komm zu dir. Ist genehmigt. Ist genehmigt. Du holst dir deren Red-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R. Und dann hab ich mir kurz die Rave. Oh, da oben war aber ein Shaco unterwegs. Zumindest hab ich da grad was blitzen sehen. Ich hab ne Box aufgestellt. Hm, vielleicht war's auch ne Illusion. Shaco ist bottom. Der Shaco ist bottom. Jaja, das können die ruhig machen. Garen ist auch bottom. Der mit dem Tower. Der mit dem Tower durch. Der mit dem Tower durch. Ich glaub, die sind alle SS. Also Garen und Shaco geht gerade auf. Passt schon, die können uns nichts anhaben. Denn ich bin ein Drache. Das ist ein Warwick. Der kommt gleich von hinten. Ich bin wieder gegarent. Du bist wieder gegarent. Achtung Warwick. Äh, was zur Hölle? Was? Was zum Wasser? Fail Ulti, aber egal. Fail Ulti von mir. Ich hab mich schon gewundert. Ja, ich hatte sie davor noch drauf. Ich weiß nicht, sondern diesen komischen Affen da. Achso, wir greifen gleich an, okay. Wo ist der Shaco? Wo ist der Shaco? Da ist er, da ist er! Hallo Shaco! Haltet sie beschäftigt, haltet sie beschäftigt. Das ist sehr gut, weil jetzt kann Lux top durchpushen. Richtig. Mann, ich hab dem Garen richtig Widerstand geleistet diesmal. Ich würde ganz gern mal zurückgehen, ich geh mal zurück. Das ist schön, sehr schön flogen, sehr schön. Ich hab den fast down gekriegt, das ist unglaublich. Mano. Äh, greift der Tower auch den Klon an? Matze? Wie, nur wenn er ihn glaub ich schon anwesert, wenn er mich sowieso anvisiert hat. Aber der hat ja magische Sicht, insofern. So. Jetzt hat Le. Ich geh kurz bot. Jetzt hab ich mal ein bisschen mehr Fähigkeitsstärke und Magiedurchdringung, hey. Jetzt wird's besser. Ähm. Sollen wir diven? Wir schnappen uns Garen, würde ich sagen. Ach, okay. Wenn ihr euch Garen schnappt, dann geh ich einfach hier durch und schnapp mir mit Garen. Ja, ich hab doch die Schnappe. Ach so, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Der Hammer. Ich sterbe immer so fleißig vor mich hin. Ach, ich schnapp euch weiterhin Garen. Ich hör auch, wir schnappen uns jetzt den In-Hip. Haben wir Minions? Okay, dann machen wir jetzt echt mal einen In-Hip. Wow. Okay, ich muss weg. Äh, Luchs? Äh, Affe? Ja, wir hauen ab, ist schon gut. Chill, Dude, chill. Luchs und ich haben noch relativ viel Leben, deswegen bleiben wir, glaube ich, noch ein bisschen in der Gegend. Ja, ich hab auch wieder 600 Leben, aber... Noch ein bisschen Druck. Ja, du hast 600, ich hab 2200. Ich bin schon Level 18, Alter. Ich bin schon Level 18, Alter. Ich auch. Habt ihr meinen Bernd Teebas gesehen? Ich bin 5. Ja, du bist halt auch einfach ein Jungspun, 3.0 Abi. Ich bin gleich wieder da. Ich bin auch gleich wieder da. Oh, da hat er einen Frosthammer geholt. Hm, was hol ich mir denn jetzt noch? Sunfire Cape? Ja. Wieso eigentlich? Oh, die kommen alle mit, äh. Da-di-da. Der S-Villain hat... Der S-Villain hat ja noch gar nichts. Der S-Villain macht aber genug Schaden. Der hat nur Webinar zu unter... ...die Schuhe. Der hat auch nur 42 Last Kids und ist 7 Mal gestorben. Eine. Ich hab viele Last Kids. Ich hab auch viele. Wie warst du? Last Kids, äh... Machen die vielleicht grad Barron? GG Barron bitte? Haben wir die nicht, aber wir haben so einen coolen Pfeil. Also wir haben einen Barron Bait. Na dann. Ach, wie sie halt einfach... Das war nicht mal Bait, das war schon ein Versuch. Aber wie sie halt einfach keine Chance haben gegen uns. Wir müssen auf Lachs warten unbedingt. Wo ist eigentlich schon wieder Flo? Der steht hinter dem Gebüsch. Ach, da. Da ist ja auch ne Flamme. Da ist ja auch ne Flamme. Guck mal Flo, wir haben beide ne Flamme. Oh, sind wir süß. Ja, ich würd' sagen, wir machen einfach... Wir pushen jetzt einfach Mitte. Wir machen jetzt einfach Barron schnell. Nö, wir pushen Mitte. Ja, dann machen wir halt Barron. Äh, Ezreal kommt. Ja, wir machen wir Ezreal. Wir machen Ezreal. Wo ist der? Da läuft er. Ja, wir machen Ezreal. Der kommt bestimmt gleich zurückboardet oder auch nicht. Wie geil ist das denn? Dann machen wir Warwick. Ne, wir machen Barron. Machen wir Warwick? Dann machen wir Barron. Ja, wir machen... Wir wissen ja eh, dass wir da sind. Wir machen Garen. Ja, wir machen Garen. Na, wir machen nicht Garen. Nein. Wir machen, äh, Warwick? Ja. Ja. Jetzt machen wir Barron. Jetzt machen wir Barron, hab ich gehört. Oh man, ich hab grad Flash und Ulti rausgehauen. Für den Kill. Guck mal, da kommt ein Chaco. Kam ein Chaco. Vorsicht, der andere steht aber da noch irgendwo rum. Also der will wahrscheinlich smiten. Versicher. Äh, ich könnt, ich könnt versuchen... Niemand kann mich outsmiten. Ich kann versuchen auf ihn drauf zu gehen. Ich hab mich über Swipen eingesetzt. Ups. Der ist tot. Okay, dann Mitte pushen. Der tauscht. Wir pushen jetzt irgendwas. Ja, push the button. Ich hab 4100 Leben. Matzin, wieviel hast du? Äh, 3550. Ja, bam, in your face, würd ich mal sagen. Äh, ich push der in den Jungle. Ich tank den kurz. Like a boss. Und Inhibit. Wieso geben die denn die eigentlich nicht auf? Kam überhaupt schon zu Wendervoad? Nö. Wenn die auch vierer Premates investieren, darfst du dann unbedingt aufgeben. Ja, zwei Inhibits dann. Die haben ja schon... Nen Tower haben wir ja schon down von denen. Oh ja. Was erwann denn das? Man ist Minions. Verspiff haben wahrscheinlich unsere... einfach unsere Super Minions. Ich will auch mal wieder jemand töten. Wieviel Minions sind wir gerade unterwegs sind? Komm. Ich will auch mal wieder jemand töten. Ich auch, deswegen muss jemand mit meiner Ulti reinhauen, ich tanken. Ich kann die nicht anvisieren. Was für Hölle. Vorsicht. Nein. Es lebt noch. Scheiße. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall wieder. Ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Vielen Dank für den Win mal wieder. Und äh, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Oh. Oh. Okay.